Es ist durchaus spannend, was der Markt da gerade mit uns macht, denn abwärts ist das neue Long. Naja, ich weiß nicht, ob das sich wirklich durchsetzt, aber trotz alledem, wir hatten einen so schönen Anstieg seit Oktober bis Anfang Dezember. Man könnte fast sagen, wir kannten das schon gar nicht mehr, dass der Kurs nach unten geht, aber es ist natürlich nicht untypisch, dass der Markt auch mal eine Korrektur braucht und die scheint er sich jetzt aktuell zu holen. Ich habe hier mal als Chart den S&P 500 als Future mal aufgemacht, einfach damit wir dann einen Überblick kriegen, wie das hier so aussieht. Durchaus mal hier so im 4-Stunden-Chart mit ein bisschen Zeichnung dazu. Und dann sehen wir, ich mache es mal ein bisschen größer für diejenigen auf dem Handy, dass wir hier ein ganz klassisches Bild eigentlich hatten. Theoretisch können wir auf diese Zeichnung sogar hier verzichten, aber insgesamt Schub nach oben, dann mal eine Gegenbewegung. Das ist die einzige, die einigermaßen dazu passt und man würde eigentlich davon ausgehen, okay, irgendwann muss ein Zyklus mal vorbei sein. Das im Vorhinein zu bestimmen, das ist ein anderes Thema, soll jetzt unser Thema in diesem Chart zumindest mal nicht sein. Aber wir sehen jetzt spätestens, nachdem wir mehr als 23,6 Prozent gelaufen sind, es ist offensichtlich nicht nur eine Kleinigkeit, was der Markt da macht. Und es ist der größte Rücksetzer seit langem. Dieser Rücksetzer hier, den sehen wir hier mit der grünen Linie nochmal repräsentiert. Das ist 100 Prozent gleiches Ausmaß. Wir sind mit einem Schwung schon mal so weit gekommen und das bedeutet eigentlich, dass da durchaus noch mehr drin ist. Ob sich das dann wirklich so aufgliedern lässt, wie wir das so gerne haben, also so typischerweise hier ein bisschen, dann da, dann irgendwie nochmal hier. Das ist jetzt Fantasie, das muss jetzt nicht exakt so sein, kann auch kürzer sein, als ich es gezeichnet habe. Es geht mir mehr um den Verlaufsform, das wissen wir noch nicht, aber es wäre ein Klassiker. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, was wir immer wieder sagen, wer weiß, dass wenn wir eine starke Bewegung haben und anschließend dann mal was Wackeliges, folgt nochmal eine zweite. Das geht natürlich in die umgekehrte Richtung auch, nämlich wenn wir hier eine Abwärtsbewegung stark haben und anschließend der Kurs mal wackelig nach oben kommt, entweder ABC oder eben wackelig, dann ist nochmal ein Rutsch durchaus typisch. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben noch viel mehr Potenzial nach unten, vielleicht nicht direkt, möglicherweise kommt vorher noch sowas dazwischen. Eine Gegenbewegung, eine Korrektur wäre nicht atypisch, im Gegenteil würde das Ganze bestätigen und böte uns die Möglichkeit, hier nochmal einen neuen Trade zu platzieren. Das geht natürlich hier in diesem etwas längerfristigen Bild, 4-Stunden-Chart beispielsweise, das geht aber natürlich auch hier im kleinen, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, wenn wir dann hier sehen, dass der Markt hier so eine scharfe Abwärtsbewegung hat, anschließend sowas Wackeliges nach oben, dass es sich nochmal fortsetzt. Wie weit? Weiß man nicht unbedingt, gerne 100% nochmal, also das gleiche Ausmaß, aber dieses Grundprinzip, das sehen wir immer wieder, scharfe Bewegungen suchen, was Wackeliges suchen. Dass das hier runter eine scharfe Bewegung ist, das wird manch einer miterlebt haben, der auf sein Konto guckt gerade und sagt, so schnell geht das wieder runter. Aber es ist eigentlich eine ganz gut nutzbare Situation. Wenn wir hier auf das kleine Bild gucken, würde ich sogar eher noch davon ausgehen, dass hier nochmal so eine kleine Gegenbewegung, das ist jetzt hier im Stunden-Chart und dann hier nochmal der Rücksetzer sich nochmal fortsetzt. Das wäre so ein klassisches Bild, diese Fünffälligkeit, das muss natürlich nicht so sein. Aber der Chart liebt sowas und dann wollen wir ihm den Gefallen auch tun, wenn er es denn macht tatsächlich. Das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller, ein typischer Ansatz. Das ist noch zu früh, um jetzt dann schon einen Trade zu platzieren daraufhin, denn er muss ja die Hausaufgaben der Korrektur dort erst machen. Wenn er sie aber macht, dann hat man da alle Chancen. Dafür gibt es natürlich auch andere Indikationen, nämlich das, was wir uns immer ganz gerne angucken. Das sind diese Bornbars nennen wir, diese blauen Balken hier, die für uns eine Wende eigentlich ganz gut ausmachen. Und das hatten wir ja gestern in unserem Trade des Tages hier beim Euro gegen US-Dollar beispielsweise. Der Kurs ist schon ins Ziel gelaufen. Aber das ist noch nicht mal die Krönung, das ist ja schon Geschichte wieder. Das Ganze spiegelt sich hier genauso wie der andere Markt, ähnliche Situation. Der Schub in dem Fall war auf der Oberseite, wackelig die Abwärtsseite. Also man sieht, wie schön sich diese verschiedenen Handelsansätze immer wieder und wunderschön ergänzen lassen. Und jetzt im Moment der nächste tapfere Schub. Und Sie ahnen es, das, was wir hier sehen, das ist nicht wirklich ein extrem starker Move, sondern das ist eher ganz starkes Abwarten, ein bisschen hin und her gewackelt. Das ist eine typische Korrektur. Und manch einer würde jetzt davon ausgehen, dass wir dann doch nochmal eine letzte Bewegung nach oben kriegen. Die persönlich handele ich nicht ganz so gerne, weil die fünfte Welle ist gerne auch die letzte. Die kann sehr lange sein, oder lang sein, das haben wir hier gesehen, im 4-Stunden-Chart, das ist schon eine ganze Weile her. Aber es kann sein, dass die eben auch nicht so besonders lang ist, dass das nur ungefähr so ein Ausmaß hat wie hier. Das weiß man blöderweise im Vorhinein nicht. Deshalb sage ich mir, die muss es ja nicht unbedingt sein, die ich handele. Aber auch hier gilt, die muss ich ja nicht handeln. Ich kann aber sagen, wenn dann der nächste Schub nach unten, Entschuldigung, die nächste Wackelei nach unten passiert, Sie erahnen es, das Bild wiederholt sich immer wieder. Das ist wie beim Formel-1-Fahren. Die nächste Runde kann dann wieder eine ganz schnelle werden. Also wir sehen, da ist eine Menge Musik drin aktuell in den Märkten. Das Bild wiederholt sich immer wieder. Man kann das auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder anbringen. Gold könnte das auf einer übergeordneten Schiene jetzt vielleicht sogar in naher Zeit jetzt hier nochmal zeigen. Wenn wir hier zum Beispiel einen Trigger hier nach oben reißen, den wir hier haben. Das wäre für alle Goldfreunde vielleicht nochmal ein ganz spannendes Moment, wenn der Kurs da durchgeht. Vorher gibt es vielleicht für die Intraday-Trader nochmal ein kleines Geschenk hier auf der Abwärtsseite. So, damit sind wir durch die meisten Währungen durch. Das Ganze funktioniert natürlich auch hier Euro, Entschuldigung, US-Dollar gegen Yen. Wunderschöne Situation aktuell. Ebenfalls schöne Aufwärtsbewegung, die nicht so wirklich schubmäßig war. Jetzt hier die Abwärtsbewegung. Wenn wir hier mal auf einen kleinen Chart gucken, dann sehen wir, auch hier gibt es gerade eine schöne Abwärtsbewegung. Warten wir mal, dass da irgendwie was Wackeliges ist. Und dann lässt sich da was tun. Wenn Sie eigene Ideen haben, super, greifen Sie das auf, was wir hier andeuten und verwursten Sie das im eigenen Trade. Wenn Sie gar keinen Plan haben und sagen, ich brauche immer noch ein bisschen Unterstützung, mindestens dann lesen Sie sich den Trade des Tages durch. Dort platzieren wir immer einen Trade, so wie wir ihn tatsächlich umsetzen. Und geben aber auch Tipps, wie man das Ganze dann nochmal richtig angreifen kann. Wer übrigens Lust und Laune hat auf noch mehr, der kann mal schauen. Es gibt hier auf der Webseite einen Link zu Born4Trading. Dort wird das, was wir hier im Trade des Tages zeigen und natürlich noch vieles mehr, auch live am Chart besprochen, aber auch immer wieder mit Beiträgen, die dann aufs Handy gesendet werden. Also wer sagt, ich kann davon nicht genug kriegen und brauche oder will noch mehr Unterstützung, der sollte sich das unbedingt mal angucken. In diesem Sinne jetzt heute erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.